Wir haben 15.000 Dollar nur. Mäh. Wir brauchen 100... Stimmt, Alter, wir brauchen 100.000. 100 verdammte 1000. Shit, Alter. Ja, gleich zur Folge, ich kann sie hoffentlich einstellen. Komm schon, Kiana. Komm. Ich will die Beziehung nicht weiter ausbauen, bis wir uns persönlich sehen. Ich mag dich aber. Kann ich sie? Ja, ja. Okay, wir haben eine weitere Mitarbeiterin, Leute. Mach ein Video. Warte, wir verkaufen erst mal das... Nachdem wir... Gleich... Wir sind ein Level aufgestiegen. Nice. Das Spiel verkaufen wir. Können erst mal den ganzen... Allgemein den ganzen Schrott hier verkaufen. Das ist eigentlich noch ganz gut, aber dazu werde ich keine Videos mehr machen. Wir werden jetzt gleich ein neues Spiel kaufen und das so auslutschen. Das ist unglaublich. Wir werden es komplett... fertig lutschen. Das klingt einfach so komplett aus... äh, komplett falsch. Und ich kann heute nicht mehr reden, Leute. Ist mir leid. Okay, wir sind ein Level aufgestiegen. Genau. PC World? PC World? Dein Ernst? Es gibt da wieder neue Sachen. Ich sag bloß, ich kann die Rechner wieder aufrüsten. Bitte nicht. Ja, mach hin. Ja, komm. Warum lädt das denn nicht? Ach, komm. Nein, nein, nein. Du brauchst jetzt nicht ab. Danke. Wir laden das Video erst mal hoch. Danke. Gut. Ähm, dann würde ich sagen... Ja, das rendert gerade. Äh, wir gehen ein neues Spiel kaufen. Solange das nicht auch Ewigkeiten lädt. Ja, nice. Okay. Wir haben Oktober, ne? Alles. September, September, Oktober. Hier ist 2. Oktober gewesen gerade. 2. Oktober. Gut gemacht, kein Ding. 2. Oktober, okay. 2. Oktober. Wir haben den 8, Alter. Äh, man... Dass man hier nicht einstellen kann, Neuerscheinungen oder so. Das ist ein bisschen total kacke. Ashley. Ja, wer ist Ainsley? Ainsley. Okay, Ainsley. 1, 2, 3, 4. Ainsley. Krass. Was ist das für ein Name? Ähm. 3. 6. 7. 7. Oktober. 9. Oktober. 9. Oktober. Aber das Spiel war scheiße. Es hat eine scheiß Bewertung bekommen. Ich glaube, dann nehmen wir den 6. Oktober. Wir nehmen den 6. Oktober. Kaufen. Ein Spiel wählen. Das hier wieder verkaufen. Dann machen wir dazu ein Unboxing. Schlafen gehen. Essen. Ok. Haben wir unsere 3 Mitarbeiter, genau. Danach machen wir ein Unboxing. Ich habe hier die ganze Zeit noch meinen Kaffee stehen und ich trinke ihn einfach nicht. Spaghetti essen, genau. Mir ist so warm. So fucking warm. Ok. Äh, Omniausgabe. Wozu ist diese Cardio-Ausgabe? Was bringt die? Ich meine, sie hat bisher immer nur Minus-Sound gemacht. Deswegen werde ich die halt nicht wählen. Macht das vielleicht bei... Na, wohl bei Dual vielleicht? Ne, bei Duals macht das Stereo wahrscheinlich mehr Sinn. Keine Ahnung. So, wir machen jetzt auf jeden Fall das... Ähm... Unboxing. Äh, und danach kümmern wir uns dringend... Dringend um unsere verdammten Karten. Wir haben einfach viel zu viele Karten, die mega viele Punkte fressen, sag ich mal. Das geht nicht. Das können wir nicht machen. Das bringt nicht so viel. Wieso kriegen wir die ganze Zeit nicht die Dings, die wir brauchen? Ja, danke. Schön. Ha! Aber immerhin zieht das keine Punkte ab. Das brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Ich hab eine Fliege in meinem Zimmer. Ist das ätzend? Das ist richtig ätzend. Immer schön, dass wir die wenigsten Punkten wählen. Oder wenigsten Punkte ausgaben. Dein Ernst? Wow. Okay, wir müssen unbedingt das ändern noch. Ähm... Das hier. Dann... Shit. Dann müssen wir das wählen. Was macht denn am meisten Sinn? Das hier eigentlich. Damit wir das an das anknüpfen können. Das knüpft dann... Nee, das an das. Nee. Nee. Mann. Ähm... Das hier. Und dann das. Wow. Ist das Video kacke. Das brauchen wir. Wir brauchen unbedingt mehr Titel. Dann könnten wir eigentlich noch ein bisschen Sound gebrauchen, ne? Und noch mehr Titel. Skript. Was auch immer. Hochladen. Okay. Dann kommst du jetzt bitte. Okay. Der Kerl macht jetzt immer an Arbeitsplatz 2 Videos. Eine Preview bitte. An Arbeitsplatz 2. Genau. Ähm... Mono-Ausgabe. Wo ist sie hier denn hin? Da. Du machst bitte ein Gameplay auf Arbeitsplatz 3. Genau. Passt alles. Weiter. Und du hier machst bitte ein Gameplay auf Arbeitsplatz 4. Das ist Nummer 2. Okay. Perfekt. Und wir gehen eine Runde schlafen. Eine Runde essen. Und setzen dann den Kurs fort. Damit wir da noch ein bisschen was trainieren. Moment. Moment. Warte mal. Achso. Doch. Das ist... Okay. Das ist noch 100. Äh. Prozent. Dings. Ihr wisst, was ich mein. Mein Bein juckt. Nja. Ah. Schön. Das ist sogar fast fertig. Okay. Können wir eigentlich irgendwie... Ainslay. Was ist denn die... Was ist das denn für eine Person? Charlie. Die Frisur sieht cool aus. Devin. Ist das ein Kerl? Ich weiß es nicht. Weißt du was? Wir gehen gleich mal mit Ainslay... Äh. Ainslay shetten. Denn... Die wollen wir heiraten irgendwann. Habe ich jetzt gerade mal so beschlossen. Habe ich jetzt gerade mal so beschlossen. Kriegt doch mal einen guten Plan, oder? Finde ich schon. Gut, sie hat das... Zweite Gameplay gemacht, ne? Okay, Nachbararbeitung. Oh, schön. Hm. Ah. Achso, ja. Du willst jetzt erstmal genau... Bisschen chatten. Das machst du jetzt auch mit ihr? Okay, das hat schnell... Das ist schnell gestiegen. Können wir uns jetzt gegenseitig Bekannte... ...nennen. Chatten wir weiterhin mit ihr. Er hat das Video fertig. Kann ich ihn mal bitte anklicken können? Danke, jetzt. Zeige das Ergebnis. Nice. Gut, dann mach ein Video. Ich beute unsere Angestellten jetzt aus. Nein, du warst Arbeitsplatz 2, Mann. Genau. La 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 la. Okay. Die Leiste füllt sich ziemlich schnell. Noch. Okay. Sein Video ist oben. Sie hat das Video fertig. Okay. Eigentlich müsste ich warten. Ach, das ist egal. Egal. Dann machst du bitte gleich noch ein Video. Bitte noch ein Gameplay. Das wäre dann das vierte Gameplay, ne? Genau. Du machst Arbeitsplatz 4. Genau. Okay. Wir chatten weiter mit Ainsley. Er macht das Video gerade. Ihr Video ist gleich oben. Genau. Ah, perfekt. Er ist perfekt fertig. Es ist schön, einen Freund für dich zu haben. Danke. Chatten wir mit ihr weiter. Sie hat das Video fertig. Zeige das Ergebnis. Das laden wir definitiv hoch. Mach ein Video. Und zwar ein Gameplay. Das fünfte, ne? Genau. Das dürfte dann das fünfte sein. Und du bist Arbeitsplatz 3. Okay. Gut. Dann macht der Nächste, der fertig ist, gleich eine Review zu dem Spiel. Und danach geht es an fünf Walkthroughs, würde ich sagen. So, wenn die Leiste voll ist, dann will sie ja definitiv nicht mehr chatten, sondern mit mir vorbeikommen. Oder die Beziehung persönlich ausbauen, ne? Ich glaube schon. Okay. Er dürfte auch bald fertig sein. Das heißt, wir laden sein Video hoch. Und dann macht er sich gleich eine Review. Würde ich sagen. Genau. Video ist fertig. Ich zeige das Ergebnis. Schön. Dann mach ein Video. Und zwar eine Review zu dem Spiel. Du bist Arbeitsplatz 2, Mensch. Genau. Ja, Review können wir so nennen. Ist ja... Ich mach jetzt nur das mit den Gameplays. Einfach klatsche ich da irgendeinen Namen rein oder so. Weil wir davon ja mehrere machen. Und dann sind die ja nicht immer in der gleichen Reihenfolge fertig. Und dann, ja... Macht das so am meisten Sinn. Wisst ihr? Wir könnten den Rechner auch mal aufrüsten. Dann hören wir jetzt mal auf mit dem Chat. Und dann laden wir sie später lieber nochmal ein. So. Ich hoffe, es ist jetzt irgendwas dazugekommen. Solange das hier mal fertig laden würde. Ah, okay. CPU. Ist da was zugekommen? Nein. Tastatur. Ist da was hingekommen? Nein. Monitor? Auch nicht. Maust? Irgendwas war ja bei PC World. Irgendwas hat sich da ja aktualisiert, sag ich mal. Oder halt... Ja, wurde besser. Mikrofon. Mikrofon. Auch nicht. Kopfhörer. Auch nicht. Schnittprogramm. Auch nicht. Okay. Dann hat sich das wohl erledigt. Okay. Gut. Gut. Er hat sich an Review gemacht. Ne, genau. Dann setzt du dich jetzt an ein Walkthrough zu dem Spiel. Du bist Arbeitsplatz 4. Wieso war da eben... Okay. Arbeitsplatz 4. Genau. Starten. Walkthrough. Sie ist fertig. Zeige dein Ergebnis. Ja, ist okay. Dann machst du ein Video. Und zwar ein Walkthrough. Du bist Arbeitsplatz 3. Zack. Okay. Wir machen einen Kurs, bitte. Äh, was brauchen wir denn? Wir brauchen unbedingt... Oh ja. 8. Oh, 8 plus. Das ist super. So, dann haben wir 2 Walkthroughs. Wenn er fertig ist... ...haben wir das dritte. Oder wird das dritte gemacht? Ich glaube, das waren die Gameplays. Naja, genau. Macht... Kann ja auch nicht mal sein. Super. Interesse. Das ist schön. Gut. Dann haben wir das Reviews gleich auch oben. Dann machst du bitte das dritte Walkthrough. Äh, du bist Arbeitsplatz 2. Genau. Zack. Warum ist da unten? Oh, leih. Das ist ziemlich weit. Das sind ziemlich... Ähm... Ja, können nicht mehr alles sehen. Warte mal. Ich will mal kurz, äh... Einkaufen. Äh, pass mal kurz. Äh... Hör mal kurz auf, so. Okay, und wir können jetzt, glaube ich... Was macht das? Äh, du generierst 6 mehr Abonnenten durch Gameplay... Oh ja. Oh ja. Oh ja, geil. Das ist super. PC World. Schon wieder. Drei Sachen. Das gucke ich mir gleich an. Äh, erstmal würde ich bei den Konsolen gucken. Hier ist nichts mehr. Auch nichts. Auch nichts. Okay. Dann bitte bei... dem PC gucken. Drei neue Sachen sind dazu gekommen. Hier ist aber nichts dazu gekommen. Nein, gar nichts. Lol. Okay. Dann reparieren bitte. Kurs jetzt... Äh, fortsetzen. Genau. Okay. Wir würden uns im Namen von Nontindo freuen, wenn du ein exklusives Review machen würdest. Zu welchem Spiel? Hip-Hop-Pony. Bis wann denn? Eine Million Erfahrungspunkte. Oh, die Erfahrungspunkte können wir halt mega gebrauchen, ne? Ähm. Weißt du was? Ja, das machen wir. Bis wann müssen wir das? 29 Oktober. Okay. Ja, gut. Ist genug für heute. Okay. Oh, warte, warte, warte. Du musst doch dein Video zeigen. Zeige das Ergebnis. Okay. Dieses Walkthrough ist gut geworden. So, sie macht gerade ein Walkthrough. Und er macht gerade noch ein Walkthrough. Genau. Öffnen wir das Spiel. Eine Review sollen wir dazu machen. Ja, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir eine Runde schlafen. Dann eine Runde essen. Und dann setzen wir uns an das Spiel ran. Und machen dazu erstmal eine Preview. Äh, nein, danke. Tut mir leid. Sie ist fertig. Okay. Zeige dein Ergebnis. Danke. Okay. Nice. Schön, viele Erfahrungspunkte. Wir haben halt echt ein niedriges Level, ne? Wir haben halt echt ein niedriges Level. Essen. Spiel wählen. Zwar das Spiel. Das machen jetzt nur wir. Glaube ich mal. Obwohl bis zum 29. Das kann ich eigentlich nicht bringen. Ja, Preview, genau. Ich will halt drei Gameplays da vorher machen. Zeige dein Ergebnis. Okay, dann machst du... Shit. Ähm... Ja, das... Nein! Okay. Zack. Wir beeilen uns auch. Wir beeilen uns. Ähm... Das. Weil es mal zwei gemacht wird. Nice. Und wir pushen diesen Sound gleich so hoch, ne? Es tut mir leid, dass ich diesen Bug gleich wieder ausnutzen werde. Aber wir pushen diesen Sound so mega hoch. Ich will das unbedingt mal haben. Den Sound so mega gepusht haben. Sonst hatten wir ja immer den Titel, den wir pushen konnten. Jetzt können wir auch noch den Sound pushen. Schön, Alter. Schön. Das ist super geil. Das ist richtig, richtig geil. Okay, wir können noch... Nice. Das war's. Jetzt können wir nichts machen. Lachen. Oh Gott, wir müssen gleich um... Oh Gott. Äh... Pausier mal kurz dein Video. Oh, ne, ne, ne. Du kannst weitermachen. Du musst weitermachen. Shit. Mach weiter. Pause. Weiter. Pause. Weiter. Es ist ja egal. Wir müssen... Eigentlich müssen wir... Das ist ja nur für das Product Placement, ne? Wir wollen das Spiel ja nicht weiter ausnutzen. Das heißt, eigentlich... Scheißen wir auf die Gameplays und so. Und machen sofort das Review. Die Review. Den... Die... Was auch immer. Ich weiß gar nicht. Wie weit sind wir jetzt bei dem Sound? Ach, erst bei 600. Das ist noch nicht genug. Das ist noch nicht genug. Das ist schön. Ich meine, es sind Bugs... Die Bugs sind vorhanden. Also warum sollte man sie nicht ausnutzen können, ne? Ich meine... Mach ich gerne. 10.000, Alter. Komm, wir machen das jetzt bis 100.000. 20.000. 40.000. Okay, jetzt... Jetzt ist es vorbei. Okay, einmal noch. Einmal noch. Jetzt ist... Wir sind bei 160.000. Das rein. Okay. Ähm... Das... Das gibt gut was. An Titel auf jeden Fall. Moment. Aber das können wir eigentlich nicht... Das ist doof. Dann nehmen wir das mit rein. Nein. Dann machen wir das anders. Wir machen das so. Das klatschen wir raus. Ne, warte. Wir machen das so. Das kommt da hin. Dann würde ich sagen... Haben wir eigentlich was, was hier oben anschließt? Nein. Gut, dann... Ist das E-Wayne. Ziehen wir das mit rein. Den wollen wir ja unbedingt dabei haben, ne? Dies wollen wir unbedingt dabei haben. Scheiß auf die Nachbearbeitung. Ähm... Dann würde ich sagen... Ziehen wir das noch mit rein. Und... Ne. Ist scheiß auf Sound. Das. Gott, aber das ist doof. Machen wir das so. Ja, ist zwar kompletter Scheiß... Bullshit, aber okay. Wir müssen unbedingt... Das pushen. Das noch ein bisschen. Dann brauchen wir... Davon noch ein bisschen was. Und dann können wir, glaube ich, nichts mehr machen. Okay. Und du machst bitte sofort... Eine Review zu dem Spiel. Scheiß drauf. Du bist Arbeitsplatz 2. Danke. Review okay. Mein Video wird hochgeladen. Genau. Hier eine Runde schlafen. Eine Runde essen. Und die beiden machen jetzt nochmal ein Walkthrough zu dem anderen Spiel. Davon haben wir jetzt drei, ne? Genau. Walkthrough machen. Wen habe ich denn jetzt genommen? Mach mal kurz Arbeitsplatz... Ich glaube, das ist Arbeitsplatz 3. Ja, genau. Und du bitte... Auch ein Walkthrough. Arbeitsplatz 4. So. Okay. Und danach machen wir unseren Kurs weiter. Und dann beende ich doch bald diesen Part. Oder diese Aufnahmesession. Wir sind jetzt bei der Hälfte von dem Geld angekommen. Okay. Ich frage mich, wann ich endlich... Ah, lol. Ich kann einen Revlink. Cool. Wusste ich gar nicht. Schön. Nice. Finde ich gut. So. Er macht jetzt das Review gerade fertig. Genau. Dann würde ich sagen... Ainslay könnten wir eigentlich irgendwie dann im nächsten Part, in der nächsten Aufnahmesession mal einladen. Und dann konzentrieren wir uns auf sie. Definitiv. Und dann machen wir mit den restlichen Leuten die ganze Zeit Videos. Und ja. Sie ist auch fertig. Okay. So. Dann hoffen wir mal, dass er sich ein bisschen beeilt. Weil das Review in 5 Tagen online sein muss. Ja, okay. Aber wir haben kein... Ne, wir haben kein... Gott. Ja, klar ist das Interesse so mega niedrig. Ich meine, wir hatten ja... Keine Gameplays oder so dazu gemacht. Beende mal kurz den Kurs. Und dann gehst du mal wieder ein neues Spiel kaufen. Heute ist der 24. Oktober. Okay. 18. Oktober. Kein Ding. Haben wir gern getan. Okay, da oben war auf jeden Fall 18. Oktober. Ja gut, ich meine... 18. Oktober. 6. Oktober. 9. 10. 11. 12. 18. Ist halt schon ganz geil, ne? Wir nehmen den 18. Oktober. Das Spiel und... Ja. Dann nutzen wir das gleich komplett aus. Das ist gleich einfach... Ja. Es wird gleich einfach komplett... Ich scheiße noch auf dem Unboxing. Ich glaube, wir machen kein Unboxing. Nein. Dann machst du bitte... Mach ein Video. Und zwar ein... Das hier können wir erstmal verkaufen. Das brauchen wir nicht mehr. Mach ein Video. Und zwar zu diesem Spiel hier. Eine Preview. Auf Arbeitsplatz 2. Genau. Du zeigst mir dein Ergebnis. Ah, ist gar nicht mal so gut. Ja, deswegen. Das Spiel ist langsam, glaube ich, ein bisschen out. Wo ist denn die? Ah, da. Mach ein Video. Du machst bitte ein Gameplay. Auf Arbeitsplatz 3. Genau. Und du machst bitte... Ein Gameplay. Auf Arbeitsplatz 4. Okay. Gut, Leute. Und dann würde ich sagen... Sehen wir uns bald das nächste Mal erstmal wieder. Ja. Ja. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Haut da rein. Wir haben noch zwei Skillpunkte. Wartet. Aufrüsten. Und... Speedruns können wir auch machen. Ich glaube, Speedruns ist... Ähm... Dass man... Wenn ein Spiel so ein paar Monate alt ist oder so... Dass man dazu ein Speedrun machen kann. Und das werden wir definitiv... Also damit der Speedrun gut ankommt. Das werden wir bei diesem Spiel machen. Weil wir haben es mega gut ausgelutscht. Wir haben gute Spiele dazu... Also gute... Videos dazu gemacht. Und ein Speedrun ist halt dann super. Gut, Leute. Wir sehen uns bald das nächste Mal wieder. Äh... Haut da rein. Na. Wir sehen uns bald wieder.